Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division 2 hier in meinem Anfänger Let's Play. Ja, ich habe das Spiel eben gestartet und habe gesehen, wir haben hier zum Jubiläum neue wöchentliche Herausforderungen und ich würde sagen, die machen wir dann auch und bewegen uns jetzt mal zum Grand Hotel Washington. Oder ähnliches, was wir gerade so in der Nähe haben. Das ist das Grand Hotel. Ja, habe ich es richtig ausgewählt. Gut. Lass mich gleich noch gucken, ob ich die richtige Schwierigkeitsstufe ausgewählt habe. Erstmal ein bisschen loben. So. Machen wir uns mal auf den Weg. Ja, ich hatte mich vorhin noch gefragt, was ich denn mache, weil jetzt schon wieder ein paar Etagen im Hotel wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Und, äh, da fand ich das sehr praktisch. Oh. Praktischerweise Wollte ich mal wieder anfangen. Ein bisschen auf die Minimap-Sachen. So, war dann. Herausfordernd, das war dann richtig, ne? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich lasse erst mal so auf herausfordern. Das ist doch der richtige Schwierigkeitsgrad, ne? Oder muss ich den jetzt auf schwer machen? Moment. Ähm. Ähm. Um die... Okay, ich muss den auch schwer machen. Äh, warte. Wo sind die Anzeige? Nicht auf herausfordernd. Okay. Wo mache ich das? Weil ich will ja die, äh, Dings, ne? Okay. Machen wir. Vielleicht. Gebt mir Mühe. Oh. Da waren sie schon. Nein, du hast gar nichts gesehen. Das wird ja bedeuten. Ich bin mal wieder... Oh, der denn da? Was für ein Idiot. Oh. Cool. Na, noch mehr? Na gut, dann gehen wir rein. Sie müssen Zimmer für Zimmer durchsuchen. Wir haben keine Infos, wie es vor Ort aussieht. Das ist eine sehr schlechte Aufklärung. Jeff. Agent fordert Verstärkung an. Kommt bestimmt noch durch die Tüne, ne? Was mal hier in Lambie sehen. Feuerwerk starten. Das ist ein Schatz. Der Kopf ist doch da zu sein. Dann gehen wir erstmal in die Drogenküche. 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 er macht sie mal sterben junge naja ich glaube ich heile mich nie nochmal bestätigung das park erledigt ist sehr schön mache ich manchmal ist das sniper gewehrchen doch äußerst praktisch ich empfange verschlüsselten funk in ihrer nähe gehen sie davon aus dass sie erwartet werden wie überraschend die die Wir sind unterwegs! Wir will nicht holen, Mann! Gut, gut! Ach, gut auf den Weg zu dir! Dann geht's jetzt! Gefällt dir das? Hm. Gefällt mir. Warte, wenn du mal... Nicht jetzt! Die scheiß Panzerung ist durch! Zeig deinen Dussel in den Kopf! Dankeschön! Geht doch! Doch... Doch alles gar nicht so schwer. Ah, was war denn da? Warum hast du nichts gesagt? Schatz, das tut mir so leid. Nein, tu das nicht, du! Ehrlich? Sag nichts, was du beholen würdest. Ist dir doch auch egal, Dad. Wir sind dir doch alle völlig egal. Das wird schon wieder. Ja. Ach... Ich muss nur... Pass auf. Tu, was du tun musst, dann kommst du zurück. Ist fertig. Versprochen. Sag, Ellie, dass ich... Sie lieben uns, dass ich... Das weiß sie. Sir? Ma'am? Tut mir leid, wir müssen los. Ich liebe dich. Echt, ich auch. Halt und Beinbruch. Warte! Regier nicht weit! Komm! Lass mich drücken! Mache! System gedrosselt System wiederhergestellt Dauernd 350 Schuss da reingehe Hübschum Upschut, stirb Wurzblock wurde neutralisiert Bleibt noch ein Prioritätsziel Eieieiei War gerade kurz da Abgelenkt In der besten Situation Natürlich wieder Aber Mein Sohn kam gerade Vom Arzt nach Hause Gleich nochmal gucken Was da mal umgekommen ist Nein, oh Oh man Mich hat er denn geschmissen Ah Okay Soll ich ein bisschen vorsichtig sein Soll ich Soll ich Soll ich Soll ich ein bisschen Achtung Aktivität auf dem Dach Sie haben gerade mehrere Trupps runter ins Gebäude geschickt Aber Ein bisschen Heilung wäre nicht verkehrt Bin hier doch ein bisschen Über Mutti wird so manchmal reingegangen Das war ein bisschen Das war ein bisschen dunkel Okay. Ne, da kommt noch jemand. Wo? Hä? Wo ist er denn? Da. Jetzt kommt er auch. Oh, ist er richtig. Zeigt ein schönes Köpchen. Ah, Medic. Sehr schön. Ein Rucksack. Und nochmal Medic. Wunderbar. Oh, die heißen ja Reparatur-Kids, ne? Wir heilen uns nicht, wir reparieren uns. Auf dem Dach hat sich weitere Verstärkung in Bewegung gesetzt. Doch nicht etwa wegen uns. Oho. Wäre doch nie nötig gewesen. Dass sie sich nur wegen uns auf dem Dach versammeln, oder? Oh, Gegner. Oho. Zu wenige. Mehr. Äh, ist hier was? Nö. Wenn die so gerade auf mich zulauften? Können dann immer gerne mehr sein. Sie haben oben bei einem mobilen Gefechtsstand Verteidigungsstellungen... Oh, warte, hier war da eine Kiste, ne? Wenn Sie einen Gefechtsstand haben, sollten Sie Daten abzapfen. Was, ich habe jetzt gar nicht zugehört? Was soll ich machen? Ähm... Oh, Mirubo, versuch dich zu erinnern. Was passiert hier oben? Okay. Datentransfer einleiten. Muss ich daneben hocken bleiben oder nicht? Ich glaube nicht. Wie geht der denn hinter? Fünfzig Prozent abgeschlossen. In einem Einsatzgebiet. Taxi! Ob geht das? Ich deck dich. Ich lade nach. Jo. Fünfzig Prozent abgeschlossen. Jetzt ist mal wieder ordentlich was los, ne? Jetzt kommen wir da. Einleiten. Einleiten. Was ist das? Ich habe die Bedeutung. Sie können unterhalten, was Sie haben? Ich bin ganz glücklich. Sie können unterhalten. Ich werde da oben nerven. Ich seh deine Drohne! Mal sehen, wie ich ihnen das schmuck. Ich denk nicht! Deine Drohne lagert sich fest. Scheiße! Die Schütze ein! Nicht nachlassen! Na, na, na. Komm! Drohne? Du kannst doch echt nochmal rumfliegen. Wart er? Ne. Hier hängt wieder eine... Mh, danke. Damit wären alle drei Prioritätsziele erledigt. Na schön. Weg vor mir. Weg vor mir. So, dann sammeln wir mal eben ein. Und dann kann ich... Gleich mal gucken... ...was bei meinem Sohn am Mann ist. So, wir haben alles da. Jo. Sieht gut aus. Ah, toll. Warum holt ihr mich nicht übers Dach ab? was? Ach, ja. Ach ja. Ich weiß nicht, er ist geschützt im Einsatz. Weg von der Drohne! Au, hört mal auf mit so weit. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Okay, wer trifft mich denn da? Das ist es! Gesichert! MacTask hat sich anscheinend zurückgezogen. Die Herausforderung bleibt das Kopfgeldeinsatz. Ähm, ja. Sollte da jetzt ein Kopfgeldeinsatz sein, wenn wir den aber jetzt nicht mehr machen können. Warte, ich muss jetzt erstmal nach meinem Sohn gucken. Jo, Aktivität abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt einmal. Gehen wir da ein, würde ich sagen. Einmal zum Theater. Dann können wir noch unsere Uhr upgraden. Was? Du hättest... Na, egal. Er hätte vielleicht mit dem Reden warten sollen, bis wir soweit sind, aber... Kann ja mal passieren, ne? Chance auf Crit. Punkt hinzufügen. Und hier hatten wir. Lebensenergie auswählen. Zack. Jo. Haben wir die Uhr schon mal wieder... Fällig? Haben wir irgendwie eine Tour? Äh, nö. Ja, schade. Egal. So, haben wir sonst noch irgendwas Neues? Äh, doch. Wir haben noch hier noch. Behälter. Äh. Ja, danke. Denke. Denke ich. Mhm. Mhm. Kann ich gebrauchen. Bin ich mir sicher. Irgendwas Exotisches bekommen? Nein. Okay. Okay, da... Moment. Was haben wir denn da? Ah. Ah. 4,3 Waffen Handling, 3,2 auf Crit. Mhm. Die andere ist besser. Mhm. Nein. Mhm. Nein. Und auch nicht. No, gut. Dann... Soll's das für diese Folge auch gewesen sein. Dann haben wir diese Woche noch richtig was zu tun hier. Oder die nächsten Wochen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. cód слов Sie haben, Tschüss. Vielen Dank.